Antonia Jungwirth ist Sarah Herzberg. Zur Rolle. Lebensfroh, unbeschwert und optimistisch, das ist Sarah Herzberg, 22. Ihr Lachen nimmt jeden für sich ein. Sie hat mit ihrer Halbschwester Mona und Andreas eine gut funktionierende Familie und deswegen ihre leiblichen Eltern nie vermisst. Monas Vater hatte völlig überfordert die kleine Sarah nach dem Tod ihrer Mutter Mona übergeben. Sarah blendet ihre schmerzhafte Herkunftsgeschichte aus, so gut es geht, und ist eine selbstsichere junge Frau geworden. Sie engagiert sich gern sozial und ist Krankenpflegerin mit Leidenschaft. Sarah genießt ihre Freiheit. Die große Liebe wird schon noch kommen. Es ist für sie ein Schock, als sie erfährt, dass Andreas nur ihr Ziehvater und nicht der liebevolle verantwortungsbewusste Mensch ist, den Sarah all die Jahre in ihm gesehen hat. Als dann auch noch ihr leiblicher Vater Gerhard auftaucht, muss sich Sarah eine Auseinandersetzung stellen. Sie muss lernen, ihre Welt neu zu sortieren und ihren eigenen Weg zu finden.